Sieht man schon was? Da! Das muss besser gehen. Gib mir mal die Fernbedienung. Hä? Wie hast du das denn gemacht? Automatischer Sendersuchlauf. Was steht da? Sat. 1. Gold? Und was senden die so? Na alles, was Frauen wie uns interessiert. Fernsehen für Menschen in den besten Jahren. Den ganzen Tag lang. Und los geht's am 17. Januar um 20.15 Uhr. Dann speicher den Sender mal sofort. Und leg ihn am besten auf die 1. Dann sind auch unsere Programmwechseljahre endlich vorbei. Sat. 1. Gold. Mir geht's Gold.